Du freust Dich auf ein Date, vielleicht sogar das erste Date und erhältst kurz davor eine Absage. Das kann richtig wehtun und ich möchte Dir heute erklären, wie ich denke, wie Du am besten damit umgehen solltest. Hi, schön, dass Du da bist. Ich bin Stella Schuldner und ich bin Deine Expertin für Dating, Liebe und Beziehungen. Und Du hörst den In Love Podcast. In diesem Podcast erkläre ich, warum so viele Menschen Schwierigkeiten mit ihrem Liebesleben haben und ich teile mein Wissen mit Dir, damit Du verstehst, wie Du erfülltere und glücklichere Beziehungen mit Dir selbst und mit anderen Menschen führen kannst. Let's get ready for love! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von In Love. Ich freue mich so sehr, dass Du zuhörst. Dieser Podcast, der hängt so an meinem Herzen und einfach nur zu wissen und zu spüren, dass Du jetzt vielleicht gerade zuhörst und dass diese Folge Dir womöglich gerade hilft, weil Du in dieser Situation bist oder weil Du in einer ähnlichen Situation warst und vielleicht noch nicht ganz darüber hinweggekommen bist. Das erfüllt mich einfach total mit Liebe und Freude. Genauso übrigens macht es mich so glücklich, dass sich schon so viele angemeldet haben für den Workshop Ja, ich will, der am 9.9. startet und dann den zweiten Teil hat am 7.10. Ich habe so lange an diesem Workshop gearbeitet und es ist mir einfach eine Herzensfreude, dass wir eine riesige Gruppe sind, mit der wir durchstarten. Das wird einfach ein ganz besonderes Event werden. Ich habe das noch nie gemacht, dass ich einen Workshop in zwei Teile aufgeteilt habe. Du hast ja sozusagen ein richtig langes, cooles Webinar mit mir, wo wir so richtig reingehen in all die Gründe, die uns so nerven beim Dating, all die Gründe, warum wir keinen Bock mehr haben, warum uns die Apps so aufregen, warum es gefühlt so anstrengend ist, warum es einfach so wehtut, immer wieder diese Erfahrungen zu machen und immer wieder frustriert zu sein, dass es nicht klappt mit der Beziehung, wo wir doch eigentlich wissen, dass wir es so verdient haben, dass wir es uns so wünschen. Ich kann es so verstehen. Und genau aus dieser Energie gehen wir raus. Und nach diesem Workshop sind wir in einer vierwöchigen Phase, in der gedatet wird. Und wenn du ein Problem hast, damit dich zu motivieren, aber du weißt eigentlich, du willst es und du bist einfach nur so abgenervt von den Zuständen beim Dating, dann komm auf jeden Fall. Weil ich werde dir genau zeigen, wie du damit umgehst. Genauso wie ich dir heute zeigen werde, wie du damit umgehst, wenn jemand kurzfristig absagt. Zeige ich dir, wie du mit allen möglichen Situationen umgehen kannst, die beim Dating passieren. Und vor allem, welche innere Einstellung dir hilft, damit du rauskommst. Außerdem machen wir richtige, tiefe Übungen. Wir machen Hypno-Meditationen. Wenn du schon bei Workshops von mir warst, dann weißt du, die sind so tief. Die holen dich so ab und die nehmen dich so mit und die machen die Veränderung. Weil wir können nicht als die gleiche Person daten, die wir sind, und andere Ergebnisse erwarten, wenn das, was wir machen und denken, nicht funktioniert. Wir brauchen etwas anderes. Wir brauchen eine Veränderung in uns und zwar eine tiefe Veränderung. Deswegen ist dieser Workshop so konzipiert, dass wir tief in die innere Arbeit gehen. Wir arbeiten tief an den Themen, weil das ist das, was die Veränderung macht. Das ist das, was wir brauchen, damit wir uns selber ändern. Und dann können sich die Dinge im Außen ändern. Und all das, was ich dir zeige, setzt du dann um in vier Wochen. Und danach treffen wir uns nochmal, um das Ganze zu besprechen. Du kannst noch teilnehmen, du kannst dich noch anmelden. Und es gibt übrigens auch eine Aufzeichnung. Beide Live-Webinare oder Workshops werden aufgezeichnet und du kannst die bis zum 21.10. anschauen. Das heißt, es wäre natürlich schade, aber solltest du bei beiden Terminen nicht dabei sein können, kannst du es dir trotzdem anschauen. Und du kannst natürlich trotzdem auch die vier Wochen Anwendungsphase mitmachen, wo du dann auch immer eine Woche ein Video bekommst. Und es haben sich einfach schon so viele angemeldet. Das macht mich so glücklich, weil ich weiß, wir werden eine richtig coole Truppe werden. Wir werden in den Austausch gehen und wir werden dann nämlich auch beim zweiten Live-Workshop in die Fragerunde gehen. Und alles, was du erlebt hast in den vier Wochen, können wir dann besprechen und dich dann natürlich noch dazu motivieren, weiterzudaten, falls du dann noch nicht erfolgreich warst. Und bei vielen ändert sich natürlich gleich auch schon ganz, ganz viel. Und es ist einfach so schön, weil ich habe das, wie gesagt, noch nie gemacht, dass wir einen zweiteiligen Workshop hatten. Und natürlich ist alles hier verlinkt in der Folge ganz unten in den Shownotes. Kannst du gleich auf den Link klicken und dich anmelden. Und ich freue mich so, wenn du dabei bist, wenn du Bock hast auf Beziehungen, wenn du keinen Bock mehr hast auf Frustration und auf angestrengt sein und immer wieder in diesem Kreislauf zu stecken. Ich möchte mit dir dein Leben verändern. Und ich weiß, wie das geht. Ich habe tausenden Menschen, hauptsächlich Frauen geholfen, genau diesen Kreislauf zu durchbrechen und in glückliche Partnerschaften zu kommen. Und genau diese Erfolgsformel möchte ich mit dir teilen. So, jetzt geht es darum, was passiert, wenn wir eine kurzfristige Absage bekommen vor einem Date. Das ist super schmerzhaft. Wir fühlen uns verwirrt. Wir fühlen uns oft enttäuscht. Ich habe das schon oft erlebt, dass Klientinnen von mir komplett geschminkt, gestylt im Bad stehen und das Treffen ist in 15 Minuten oder einer halben Stunde und die erhalten eine Absage. Die haben sich eine Stunde fertig gemacht, sind früher von der Arbeit gegangen, haben noch nichts gegessen und freuen sich auf den Abend und dann kommt eine Absage. Das fühlt sich an wie eine Klatsche. Man fühlt sich bloßgestellt, man fühlt sich fallen gelassen, man fühlt sich einfach nicht gut. So, und jetzt kommen natürlich manchmal solche Absagen wie, ich musste meine Oma spontan, was weiß ich, irgendwo hinfahren, zu einem Arzttermin fahren. Oder, meine Mama geht es plötzlich ganz schlecht. Oder, der Hund hat sich übergeben. Ganz oft kommt aber auch so etwas Richtiges, was schon Unverschämtes wie, ich habe jetzt doch keine Zeit, wir müssen das verschieben. Das heißt, jemand macht sich gar nicht erst die Mühe und denkt sich irgendeinen Grund aus, sondern sagt halt einfach, ich habe jetzt keine Zeit. So, ganz, ganz selten in 0,0000001% gibt es diesen Fall, dass jemand wirklich im Stau steht, wirklich einen Unfall hatte, wirklich aufgehalten wurde, wirklich in irgendwas verwickelt wurde. Wenn das der Fall ist, dann sagt die Person im gleichen Atemzug, dass es ganz furchtbar traurig ist und macht sofort einen neuen Termin aus, beziehungsweise sagt, ich melde mich, sobald ich kann. Und wenn das eine verlässliche Person ist, dann meldet sich die Person dann auch wirklich, sobald sie kann. In allen anderen Fällen merkst du, und jetzt kommt dein Bauchgefühl ins Spiel, jemand will einfach jetzt diesen Termin vermeiden. Und das ist auch tatsächlich meistens der Fall. Und deswegen, ganz ehrlich, und ich sage dir jetzt meine Empfehlung bei einer solchen Geschichte. Es mag Dating-Expertinnen oder Experten geben, die dir ganz andere Tipps geben. Ich sage dir das, was ich meinen Klienten und Klientinnen sage. Ich sage dir das, was ich in meiner jahrelangen Erfahrung auch immer weitergegeben habe und was wirklich meine tiefste Überzeugung ist. Und ich sage dir einfach das, was ich dir auch sagen würde, wenn du zu mir ins Coaching kommst und wenn so etwas passiert. Ich würde dir sagen, das war's. Dieser Mensch hat keine Chance mehr bei dir. Und wenn ich sowas höre oder mir gesagt wird, dass eine Frau, also ich arbeite häufiger mit Frauen, was nicht heißt, dass ich auch nicht mit Männern arbeite, aber häufig sind es Frauen, wenn ich dann sowas höre wie, ich habe mich da eine Stunde fertig gemacht und dann sagt er mir, sein Hund hat sich übergeben und dann klappt es nicht. Und beim nächsten Mal stand ich dann wieder eine Stunde im Bad und dann war was anderes. Und beim dritten Mal, da unterbreche ich dann, weil ich dann frage, warum gibt es überhaupt ein drittes Mal? Und ich bin wirklich mit solchen Dingen sehr, sehr, sehr klar, weil gerade am Anfang in der Dating-Phase ist die Phase, wo wir uns am meisten Mühe geben. Das ist die wichtigste und ausschlaggebendste Phase und wie sich da jemand verhält, wir dürfen nicht vergessen, das ist die Zeit, in der sich Menschen wirklich bemühen und versuchen, sich von ihrer besten Seite zu zeigen, wenn sie Interesse haben. Und wenn das jemand nicht tut, dann ist das kein gutes Zeichen. Was sind die häufigsten Gründe, warum Menschen sich so verhalten? Ganz oft ist es natürlich, dass jemand unsicher wird oder Angst hat. Vielleicht ist es jemand, der wirklich ein Thema mit sich selber hat, der vielleicht auch nicht glauben kann, dass so jemand wie du, also jemand, der dich auf ein Podest stellt, mit ihm oder mit ihr ausgeht und vielleicht auch Minderwertigkeitsthematiken hat. Jemand, der denkt, ich bin vielleicht nicht gut genug oder was ist, wenn sie mich nicht mag oder was ist, wenn er mich nicht mag. Da kann schon so eine krasse Angst kicken. In dem Fall ist es natürlich schon so, dass man dann sagen kann, okay, dafür habe ich Verständnis. Aber A, erfahren wir das ja auch oft nicht. Und B, ist es natürlich schwierig, wenn jemand so tief in den Ängsten steckt, dass jemand quasi ein Verhalten an den Tag legt, das andere wieder verletzt. Dann wäre es natürlich wichtig, dass die Person an diesem Thema arbeitet, arbeitet, bevor sie sich in diese Dating-Welt reinbewegt. Weil das ist immer so dieses, ne, hurt people, hurt people. Das heißt, Menschen, die selber so viele Unsicherheiten und Verletzungen in sich tragen, für die können wir natürlich sehr viel Verständnis aufbringen. Weil das ist ja auch ganz schlimm, wenn man sich nicht traut und dann kurz vorher absagt. Aber es führt natürlich dazu, dass eine weitere Person verletzt wird. Und da ist es natürlich wichtig, das wäre eigentlich die Aufgabe der anderen Person, sich das anzuschauen und an diesen tiefen Themen zu arbeiten. Und die Frage ist natürlich auch, ob die Person dann in diesem Zustand, wenn schon allein ein Treffen schon schwierig wäre, ob das eine gute Grundvoraussetzung ist. Also ich sage ja immer, wir müssen nicht komplett geheilt sein, um in Partnerschaften gehen zu können. Aber es wird natürlich immer schwieriger, wenn uns bestimmte Skills fehlen. Also es ist natürlich schon gut, wenn wir so ein bisschen was mitbringen. Und an so einer Stelle, wenn wir uns nicht mal zu einem Date trauen oder eben sowas machen, wäre es einfach gut, wenn wir uns da Unterstützung holen und an uns arbeiten. Ganz oft natürlich liegt es auch an Schutzmechanismen. Wir alle haben irgendwo im Leben an bestimmter Stelle Schutzmechanismen. Und gerade Menschen, die Bindungsängste haben oder auch dieses typische Mischverhältnis, Hassliebe, Bindungsangst, Unverlustangst, das tritt ja meistens in der Kombination auf. Das kann natürlich auch dazu führen, dass Menschen Dates absagen. Da ist es vielleicht oft eher so, dass sie nicht das erste absagen, sondern spätere Dates, weil sie zum Beispiel merken, da hat sich was aufgebaut, das wird ernst da. Da sind vielleicht Gefühle im Spiel. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass jemand krasse Schutzmechanismen an den Tag legt. Nicht immer liegt es an Bindungsangst oder an Verlustangst. Manchmal ist es auch einfach so, dass Menschen nicht genug Interesse haben. Und es gibt natürlich auch Menschen, die mit sowas spielen, weil sie denken, dass es ihren Marktwert erhöht. Das heißt, ich kann Macht oder Kontrolle über jemanden ausüben. Gerade wenn ich zum Beispiel weiß, die Person findet mich echt gut und hat vielleicht sogar ein bisschen was aufgebaut. Und ich spiele jetzt so ein bisschen damit und sage eben das Date kurzfristig ab. Tatsächlich ist sowas ja auch manchmal eine Form von Unsicherheit. Also ich kann den anderen Menschen dazu bringen, dass die Person dann traurig ist, weil ich absage, das gibt Menschen, die selber unsicher sind, manchmal auch eine Form von Sicherheit. Es ist aber überhaupt nicht fair. Und dann kann es eben auch einfach so sein, dass jemand nicht genug Interesse hat. Und dass es der Person dann auch mehr oder weniger egal ist, dass du jetzt so viel Zeit investiert hast. Weil wenn ich eine halbe Stunde vorher absage oder ein paar Stunden auch oder auch wenn ich morgens absage, wenn das Date abends ist, das ist super unhöflich, weil du kannst dir ja dann für den Abend auch nichts anderes mehr vornehmen, weil deine Freunde vielleicht schon alle jetzt was anderes ausgemacht haben oder so. Also nicht immer kann man dann so kurzfristig was finden und ärgert sich dann auch vielleicht, weil man sonst eine andere Option gehabt hätte. Das ist einfach nicht fair. Und deswegen, manche würden jetzt vielleicht an dieser Stelle sowas empfehlen wie, kein Problem, sag Bescheid, wenn es wieder geht. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine persönliche Meinung ist, in solchen Fällen war es das. Und da bin ich ganz glasklar. Ich denke, dass das eine Aussage ist, dass das ein Statement ist, wenn ich ein Date kurz vorher absage. Wie gesagt, wenn dieser Mensch schon in der Nachricht gestresst versucht, mit dir irgendeine Alternative zu finden, weil es der Person offensichtlich super unangenehm ist, das kann passieren, das ist aber sehr, 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 sehr selten, geht gegen Null. Und du merkst, wenn jemandem das unangenehm ist, wenn jemand versucht, dir klarzumachen, dass das wirklich keine Ausrede ist. Also du merkst wirklich, der Person liegt es am Herzen, dass du spürst, dass das ernst ist. Und du spürst, es ist eine große Bemühung da, sofort eine Alternative zu finden. Das ist der einzige Fall. Und da muss die Ausrede, also in dem Fall die Nicht-Ausrede oder die Erklärung auch wirklich gut sein und wirklich plausibel sein. Wenn dein Bauchgefühl dir sagt, das ist nicht cool, das stimmt irgendwie nicht, dann hast du auch meistens recht. Und es ist wirklich extrem interessant, wie viele Menschen trotzdem sagen, kein Problem, melde dich dann, wenn du wieder Zeit hast. Und das führt oft zu Breadcrumbing, das führt zu Heiß-Kalt-Verhalten, das führt zu ganz komischen Verbindungen, wo man süchtig danach wird. Da sind wir wieder bei dem Dopamin, da sind wir wieder bei dem, ich gebe dir was, ich nehme es dir weg. Ja, das ist auch ein ganz typischer Teil oft von so Breadcrumbing-Geschichten oder so Heiß-Kalt-Geschichten. Dieses kurzfristige Absagen und dann wieder herholen, also immer wieder dieses Vor- und Zurück. Das ist extrem anstrengend und kann extrem süchtig machen. Leider ist es so, gerade dann, wenn Gefühle aufgebaut sind, zum Beispiel wenn es jetzt das zweite oder das dritte Date ist. Und da ist schon wirklich was da oder vielleicht schon was passiert. Und oft sind dann auf der anderen Seite wirklich so Breadcrumber oder Breadcrumberinnen, die einfach nur immer wieder überprüfen, ob du tendenziell noch zur Verfügung stehen würdest, die aber nicht diese krasse Absicht haben, sich wirklich auf dich einzulassen. Und gerade da passiert sowas oft. Oh ja, habe ich total vergessen. Wie kann man einen Menschen vergessen, der einem wichtig ist? Du vergisst nicht einen Menschen, an den du die ganze Zeit denkst. Du vergisst Menschen, die überhaupt nicht in deinem Kopf sind und die dann fragen, wo bist du? Wir waren doch um 17 Uhr verabredet. Und dann denkst du dann und sagst, oh Mist, ich habe gar nicht an dich gedacht. Das ist das, was das aussagt. Ich habe nicht an dich gedacht. Aber meistens, oft ist es eben auch, ich bin so in meiner Angst, ich kann dich nicht treffen, weil ich so in mir gefangen bin. Beides sind keine Grundvoraussetzungen, die wirklich gut sind. Und auch, ich weiß, solche Aussagen sind für viele schwierig, weil sie dann denken, man darf keine Beziehung eingehen, wenn man nicht komplett geheilt ist. Das ist nicht ganz richtig. Wir dürfen sehr wohl Beziehungen eingehen, wenn wir noch nicht ganz fertig sind. Aber es gibt natürlich schon gerade der Ausprägung. Und hier ist es natürlich schon so, wenn ich es nicht mal zum Date schaffe, weil ich so in meine Angst stecke, wie ich eben vorhin schon gesagt habe, dann ist es hier eben einfach noch zu viel. Das Allerwichtigste ist, dass du nicht in den negativen Strudel gehst, dass du nicht in die Selbstverurteilung gehst und vor allem, dass du nicht mit dir spielen lässt, weil du Gefühle aufgebaut hast. Und das ist etwas, was ich häufig beobachte, immer dann, wenn wir schon im Hormoncocktail sind, im Suchtgefühl, in der Sehnsucht, dann lassen Menschen sich dieses Verhalten gefallen und lassen es sich auch immer wieder gefallen. Und deswegen ist hier beim ersten Mal für mich schon Stopp. Weil da draußen warten so viele. Das ist das, was die Zeitverschwendung ist, wenn wir da an solcher Stelle nicht konsequent sind. Und deswegen ist für mich ganz klar, bei einer kurzfristigen Absage, das ist ein absolutes No-Go. Und übrigens bei Ja, ich will, erkläre ich dir, wie du mit allen möglichen Situationen umgehen kannst und was bei welcher Situation wichtig ist. Und wenn du bei diesen ganzen Situationen weißt, was du zu tun hast und wie du damit umgehst, wirst du immer stärker, immer klarer, immer selbstbewusster. Und du kommst immer näher, genau zu dieser Beziehung, die du haben möchtest und du verschwendest deine Zeit nicht mehr. Und du fühlst dich gestärkt und du fühlst dich gut, weil du genau weißt, wie du mit den Dingen umgehen sollst. Das war mein Ziel bei Ja, ich will. Das war das Allerwichtigste für mich, zu stärken. Und zwar so zu stärken, dass du wie mit so einer Rüstung durch diese Dating-Welt gehst, ganz genau mit Fokus auf dein Ziel. Und ich zeige dir, wie das geht. Fokussiert, kein Blick nach links, kein Blick nach rechts. Und diese ganzen Sachen, die da kommen, links und rechts, die räumst du aus dem Weg. Und am Ende ist genau das, was du dir wünschst. Die liebevolle Beziehung, die mit der Klarheit, die mit dem Commitment, die, wo du dich fallen lassen kannst. Aber dafür musst du oft Nein sagen. Und dafür ist es wichtig, bestimmte Dinge nicht mehr an sich ranzulassen und mit bestimmten Situationen so umzugehen, dass sie dich nicht von diesem Weg abbringen. Und genau dafür ist diese Erfolgsformel, die schon so vielen geholfen hat, die ich dir ganz genau zeige in Ja, ich will. Und ich freue mich so, dass sich schon so viele angemeldet haben. Das ist so richtig, das ist so, das ist wie so ein Abenteuer, wenn du die Menschen vorher ausstattest. Wenn du denen genau die Tools gibst, wo du genau weißt, das brauchst du und das brauchst du. Und ich gebe dir noch das mit und ich gebe dir noch ein bisschen davon mit und dann geh los. Und dann sehen wir uns in vier Wochen wieder und teile mit mir, wie es dir geht. Ich freue mich so sehr darauf. Du kannst dich anmelden. Am 9. geht's los. Und dann sehen wir uns zum zweiten Mal am 7.10. Und das wird eine große, große Freude. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge geholfen hat, mit dieser spezifischen Situation umzugehen. Ich weiß, ich bin da rigoros. Ich bin bei manchen Sachen ganz klar und ganz rigoros, weil ich weiß, dass dieses ganze Zeug, ich sag mal dieser ganze Shit links und rechts, dieses ganze, diese Zwischenlösungen, dieses Verständnis zeigen. Es hilft dir in so vielen Situationen einfach nicht. Es hilft dir nicht weiter. Es kostet deine wertvolle Zeit. Und dann ist es nämlich genau so, dass dann wieder kommt Dating, Liebe, alles nur Zeitverschwendung. Und das ist genau der Grund, weil wir bei den falschen Dingen stehen bleiben und uns aufhalten lassen und unsere ganze Energie reingeben, weil wir nicht volle Power uns auf unser Ziel fokussieren. Aber zum Glück kann ich dir zeigen, wie du das schaffen kannst und wie du für immer und ewig ganz anders damit umgehen wirst, so, dass nämlich Dating einfach wird und leicht und schön und dass du dich gestärkt fühlst und selbstsicher und gut mit dir. Und darauf freue ich mich. Nicht vergessen, es ist unsere wahre Natur zu lieben und geliebt zu werden. Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge in Love dabei bist. Und ich freue mich natürlich, wenn du bei Ja, ich will dabei bist und wir uns am 9.9. das erste Mal sehen. Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge in Love dabei bist.